Hallo und Willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ich würde jetzt mal fast sagen, wir machen jetzt das nicht tödlich, denke ich mal. Deine Infos haben gestillt. Nein. Oder schauen wir mal in meine Ausrüstung rein. Ja. Okay, dann machen wir Panther. Machen wir Panther, 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 Panther. Das schreibe ich mir mal auf. 3, 2, 0, 0. Das ist der Wert den ich brauche. Deine Infos haben gestimmt. Perfektionistisch, so. Solo. Ähm. Brille. Wir machen Marine-Tarnung. Dann der Obanzug. Machen wir auch Marine-Tarnung. Handschuhe, Marine-Tarnung. Hose, Marine-Tarnung. Schlefe, Marine-Tarnung. Lichter, Pink. Pistole bleibt so. Die Sekundärwaffe wird jetzt der präzise Lauf. Und damit ist sie fertig. Spezialwaffe, wie immer. Auf geht's. Auf geht's. Zum. Blut. Ich hab die Anlage vor mir. Rim, hörst du? Bin online. Lagebericht. Okay. Sehe die Kimberlid-Verarbeitung. Der ganze Bereich wird streng. Warte. Wie es aussieht, ist da auch eine Scharfschützenstellung. Du wirst den Bereich sichern müssen, bevor du reingehst. Ob du sie tötest, ist deine Entscheidung. Und meine anderen Ziele sind in der Miene? Wenn man Cobain glauben kann, ja. Lass dich nicht blicken, sonst kommen sie. Ich bleib hier oben, wo ich nicht ertrinke. Oh! Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Ich geh über den Steinbrecher. Bist du drin? Bestätigt. Gut. Das Gerät, durch das du dich bewegst, vertrümmert das erst auf der Miene. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mach ich dann hier? Der Mineneingang liegt immer auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Gut. 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 Hallo. Vielen Dank. Hallo Dios que estamos. Schau mal da unten. Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Bist du drin? Bestätigt. Gut. Das Gerät, durch das du dich bewegst, verschümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Ich wollte halt eigentlich nur jemanden in den Steinbrecher schmeißen. Weil ich das glaube ich noch nicht getan habe. Aber der Typ meint ja, sich nicht weg zu bewegen. Und wenn er sich mal umdreht. Da ist niemand. Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Bist du drin? Bestätigt. Das Gerät, durch das du dich bewegst, vertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Warum hat er mich da reingeschmissen? Oh, weil ich noch auf Knockout eingestellt bin. Okay gut, dann hätte das gar nicht funktionieren können. Ich habe gehört, dass sie den Leuten, die in die Mine gehen, Taucherausrüstungen geben. Wipzig. Warst du schon mal? Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Eins. Bist du drin? Bestätigt. Gut. Das Gerät, durch das du dich bewegst, vertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere... Ich dachte, ich könnte mich vielleicht wo positionieren, wo ich sicher bin. Aber das Spiel wollte mich ja nicht. Und da hingehen lassen. Und das Spiel. Aber man hat ja schon Feuerwissen müssen. Und da ist es, dass es auch erst passiert, wenn sie schießen. Das ist krass, oder? Ich habe gehört, dass sie den Leuten, die in die Mine gehen, Taucherausrüstungen... Da ist es! Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Die Nähe sind in den Gissenmühlen. Bist du drin? Bestätigt. Gut. Das Gerät, durch das du dich bewegst, vertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast eine dritte Ausrüstung. Schlechte Möglichkeiten unserer... So, wo kann ich da nicht hingehen? Ich habe gehört, dass sie den Leuten, die in die Mine gehen, Taucherausrüstungen geben. Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Ich bin drin. Bestätigt. Gut. Das Gerät, durch das du dich bewegst, vertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als... So ist es. Was? 5 Gegner, dann ist der Bereich sicher. Okay. Okay. Ständig hast du mir aufgeschrieben. 3200. 600. 400. 100. 200. 1, 2, 1 Genau, gut. Achso, da rüber zum Weh. Hier rein. Hier runter. Auf dem Weg nach Verdania City. Auf dem Weg nach Verdania City. Wenn du dieser Weg reinführt, wie viele Fluchtmöglichkeiten gibt es? Ich sehe eine. Nicht gerade beruhigend. Die Alternative wäre gewesen, Sprengladungen am Schacht anzubringen und die Gegner dort einzuschließen. Das wollte jemand nicht. Darüber reden wir später. Jetzt will ich Optionen. Wünschte, ich hätte welche. Begebe mich in den Hauptbereich, Grim. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Alguna vez intentaste reparar una bomba bajo el agua? Media milla bajo tierra? Reparar equipos no es mi trabajo. No, es callarte y sostener un arma. Eso es todo. Da ist gerade überhaupt das Licht ausgegangen, als ich entdeckt wurde. Das hat mich leicht aufgefroert. Was mich noch aufgefroert ist, da sagt es, es ist ein entdeckt worden. Aber ja. Begebe mich in den Hauptbereich, Grim. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Auf! So, auf nach oben. So, oben auf den Weg nach Bertania City. Auf den Weg nach Bertania City. Auf den Weg nach Bertania City. Die kann ich hier runter gehen. Aber ich wollte eigentlich runter. Aber ok. Aber ich kann nicht. Er ist nochmal nach unten hacken. Sind die Dinger kein Problem mehr? So, weg mit dem. Sind die ganzen Dinger auch kein Problem mehr. Da fehlen nur noch die Letzten im letzten Areal. War ich mit dem Locker oder der Wildhafer? Bitte komm. Ist doch schön, wenn das Requirement nicht so klein ist. Die Dinger ist noch ein Gegner. Im Abschnitt ist noch ein Gegner. Die Dinger ist noch ein Gegner. Kann ich ein Team machen? verspringen oder auch nicht wir haben wir abgeschlossen das heißt ich kann das von meiner liste streichen also eine sache die ich hier noch machen will assault 3500 man merkt hier schon das sind schon mehr punkte auf normal wie es scheint als ich bei panther auf perfektionist gebraucht habe weil damals 3200 heißt also kombon ist hier definitiv wichtiger haufe sault ja Sollen wir nicht tödlich auch noch in dem Video machen? Hm, also mal Anfänger Ich muss da nur mein Zeug alles auf nicht tödlich einstellen Schwarz Dann der OP-Anzug Der ist schwarz Der Torso Auch Die Handschuhe Auch Die Hose Auch Die Stiefel Auch Und die Lichter Violett sind wir jetzt Die Pistole bleibt Die Sekundärwaffe Da würde jetzt die Joa, die Nächste Kommen Würde ich mal fast sagen Und das wäre die AK Genau Weil die haben wir ja schon voll geupgradet gehabt Genau AK-47 kaufen Die hat auch keinen Schalldämpfer, wie ich vermutet habe Nur Irgendwie nur die hat Entschalldämpfer Schon, das ist strange Okay Leuchtpunkt Visier Laser Visier Größeres Magazin Panzerberechende Munition Optik Schiene Magazin Panzer Munition Gut Intern So Klar Die wird jetzt nur einmal geschossen Ich habe die Anlage vor mir Grim, hörst du? Bin online Lagebericht Okay Sehe die Kimberleet-Verarbeitung Der ganze Bereich wird streng bewacht Wie es aussieht ist auch eine Scharfschutzung Die Gegner haben Verstehung Entscheide Was holen Ich habe gehört, dass sie den Leuten, die in die Mine gehen, Taucherausrüstungen geben Witzig Warst du schon mal da unten? Zur Hölle, nein, da gehe ich nicht runter Ich hasse Höhlen und ich hasse... Anscheinend gibt es zwei Wege Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür So, nicht zu Hölle, wenn wir das losstellen Bist du drin? Bestätigt Gut Das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz auf der Mine Pass auf, dass es dich nicht erwischt Was mache ich dann hier? Der Wieseingang liegt genau auf der anderen Seite davon Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen Gut zu wissen Wow, nett, dass er mich sich jetzt genau daran umgedreht hat Ich weiß nicht, dass ich genau jetzt die Bilder passerein kann Ich weiß, dass ich genau jetzt die Bilder passerein kann Ich weiß nicht, dass ich jetzt die Bilder passerein kann Genau so, bleib ruhig! Ja, scheinbar ein paar runterkriegen. Ja, glaub ich, das war nicht. Nur noch ein Gegner! Kein Wort! Warte was, der ist jetzt nur im Eingangsbereich. Und warum habe ich das nicht geschafft? Weil mein Charakter meinen musste, die Tür war wichtiger als er. Ich hätte wohl noch ein bisschen warten müssen, bis er weiter drin war. Drei Tage ohne Unfall mit dem Steinbrecher. Weil wir ihn seit drei Tagen nicht benutzt haben. Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Ja, Alter. Ich breche gleich den Steinbrecher in Haar. Bist du drin? Bestätigt. Das bin ich nur wegen so einer richtigen ekelhaften Scheiße. Was mache ich dann hier? Der Mineneingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Ich holte fünf lebende Gegner. So, das war der, der vorhin für mich das aussieht. Ich habe heute nicht entdeckt, dass ich Leute erledigt habe. Es hat einen Erwicht. Sieht aus, als sei nur noch ein Gegner übrig. Die Oberfläche scheint gesichert zu sein. Verstanden. Bring am besten über den großen Belüftungsschacht in deiner Nähe in die Mine ein. Dachte, damit hätten wir aufgehört. Es ist und bleibt ein Klassiker. Also es ist schon ziemlich lächerlich, dass das gerade so abgelaufen ist, dass er... Er hat den seinen Helm weggeschossen mit dem Autoschuss. Wie viele Fluchtmöglichkeiten gibt es? Also wirklich. Ich sehe eine. Das Ding ist One-Hit, wenn du auf dem Körper triffst. Also warum genau tut das Spiel denn dann nicht auf den Körper schießen? Weil der Kopf... ... So. Dann holen wir uns das Holo-Visier. Genau. Dann holen wir uns den abgewinkelten Griff. Genau. Dann holen wir uns die panzerbrechende Munition. Und dann noch den präzisen Abstrug und den Rückschusspuffer. Damit wir jetzt einfach das Ding in die Hand nehmen können. Und sagen können... Hey! Hey! Begebe mich in den Hauptbereich, Grimm. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Okay. Eigentlich könnte ich es auch ganz fertig machen. Ja, machen wir. A-Cross-Visier. Und dann noch den präzisen Lauf. Eine weitere Schwarzmach-Waffe. Ja, ne, ne. Schlechte Neuigkeiten. Unser... ...Wesenheit wurde bemerkt. Begebe ich in den Hauptbereich, Grimm. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Geh! 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 Ach Mensch. Ja, der Sack hat sich ja einfach umgedreht. Viel zu früh. War noch nicht unten. Ich hab fünf Kontaktschocker dabei. Was? Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Untertitelung des ZDF, 2020 5 Gegner, dann ist der Bereich sicher. 5 Gegner, dann ist der Bereich sicher. nur noch ein gegner ich sage den behörden bescheid dass sie rein können und hol dich da raus jetzt haben wir gleich einfach zwei auf einmal gemacht hoffentlich denke ich daran das in den titel zu schreiben haben blutige diamanten das ding ist ja wir haben echt nur viele missionen die wir so machen können also außer kug mission und botschaften gut gut nicht tödlich aber geschafft ich würde sagen wir hatten nicht vergessen und weiter geht es im nächsten part